yo was geht ich bin mal ein bisschen weiter gekommen in irgendeine kathedrale bin ich angekommen ja und ja ich habe irgendein item was den ersten schaden ignoriert finde ich sehr gut finde ich sogar sehr gut habe ich jetzt noch full health und dann mache ich mal ein boas ah ok ach so ach so das ist übrigens das erste mal wo ich gegen isaac spiele sieht schwer aus ich pisse mich mal an nein ich habe daneben gepisst hey pisse was ist wie der frisst pillen oder so ein scheiß was was ist was ist digga der hat so viel leben das gibt es doch nicht wie soll ich den töten mama mia das ist ja ein leben ein halbes leben away garantiert ich hoffe der verwandelt sich nicht noch einmal, oh das wäre viel zu schlimm oh nein, ah hier ich kann dazwischen gehen darauf wäre ich nicht gekommen also ok darauf bin ich gekommen, gerade eben, schlau schlau ah deine mutter jetzt stirbt doch endlich, ich will gewinnen der raum war schon sowieso heftig genug oh skill ey, schönes item, was nen schaden ignoriert jawoll ich tschüss ich tschüss, ich tschüss gewonnen ja 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 ja, deine mutter und ich hab nichts freigeschaltet doch, ich hab WTF freigeschaltet da, diesen Ding der Pup kann er mal schauen, ich probier den mal kurz aus mal schauen, was er kann ok, der hat kein Leben das ist doch das ist doch kacke ah, der kann scheißen das ist doch eine spezielle Fähigkeit das ist doch ne spezielle Fähigkeit, das ist kacke das ist doch eine spezielle Fähigkeit das ist kacke ey 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 ey, 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 ey ey danke fürs zuschauen auf weder zehn abonnieren nicht vergessen und lasst mir ein kommentar da